Musik In der Folge auch mit Konstra, aber vorne spielt das Geschicht. Gibt es noch eine Schacht für Thomas Stamm? Und zu der Runde steht in den Griff. Kann der Anzahl der kreunischen Landsmann Sebastian Urbeck noch vorbei? Oder hat Sebastian Urbeck die Sache jetzt schon im Griff? Da kommt der Angriff. Für das Runde ist das ein Auftrag, verspricht spannenden Sport am heutigen Nachmittag. Und er holt sich Thomas Stabinski vor Sebastian Urbeck und Roberto Hau. Ja, da hat er sich seinen Gegner ganz genau an.